Ich lerne Deutsch. J'apprends l'allemand. Nummer 6 Die Paprika Die Paprika Les Poivrons Die Paprika ist rot. Die Paprika ist rot. Die Paprika ist rot. Le Poivron est rouge. Die Paprika ist gelb. Die Paprika ist gelb. Le Poivron est jaune. Die Paprika ist grün. Die Paprika ist grün. Die Paprika ist grün. Le Poivron est vert. Die Paprika ist orange. Die Paprika ist orange. Die Paprika ist orange. Le Poivron est orange. Sie schneidet die Paprika. Sie schneidet die Paprika. Elle coupe les Poivrons. Der Mann schneidet Paprika. Der Mann schneidet Paprika. Der Mann schneidet Paprika. L'Homme coupe des Poivrons. Die Frau schneidet Brokkoli. Die Frau schneidet Brokkoli. Die Frau schneidet Brokkoli. La femme coupe des Brokkoli. Jemand schneidet Blumenkohls. Jemand schneidet Blumenkohls. Jemand schneidet Blumenkohls. Quelqu'un coupe des Choufleurs. Der Blumenkohls ist in der Pfanne. Der Blumenkohls ist in der Pfanne. Der Blumenkohls ist in der Pfanne. Le Choufleur est dans la poêle. Die Frau würzt den Brokkoli. Die Frau würzt den Brokkoli. Die Frau würzt den Brokkoli. La femme assaison le Brokkoli. Der Brokkoli ist in der Schüssel. Der Brokkoli ist in der Schüssel. Der Brokkoli ist in der Schüssel. Le Brokkoli est dans le bol. Das Mittagessen Das Mittagessen Das Mittagessen Le Déjeuner Die Nudeln Die Nudeln Die Nudeln Die Nudeln sind im Topf. Die Nudeln sind im Topf. Die Nudeln sind im Topf. Les Nudeln sind in der Marmite. Die Spaghetti sind im Topf. Die Spaghetti sind im Topf. Die Spaghetti sind im Topf. Les Spaghetti sont dans la Marmite. Die Nudeln sind auf dem Teller. Die Nudeln sind auf dem Teller. Die Nudeln sind auf dem Teller. Les Nudeln sind dans l'Assiette. Die Nudeln sind auf der Gabel. Die Nudeln sind auf der Gabel. Die Nudeln sind auf der Gabel. Les Nouilles sont sur la fourchette Die Gemüsesuppe ist in einem Topf Die Gemüsesuppe ist in einem Topf Die Gemüsesuppe ist in einem Topf La soupe de légumes est dans une casserole Die Gemüsesuppe ist auf dem Teller Die Gemüsesuppe ist auf dem Teller La soupe de légumes est dans l'assiette Die Frau probiert die Tomatensuppe Die Frau probiert die Tomatensuppe Die Frau probiert die Tomatensuppe La femme goutte la soupe à la tomate Die Frau isst die Kürbissuppe Die Frau isst die Kürbissuppe Die Frau isst die Kürbissuppe La femme mange la soupe de potierron Die Suppe ist in der Suppentasse Die Suppe ist in der Suppentasse Die Suppe ist in der Suppentasse La soupe est dans le bol à soupe Das Auto Das Auto Das Auto La voiture Das alte Auto Das alte Auto Das alte Auto La vieille voiture Der Autoverkäufer Der Autoverkäufer Der Autoverkäufer Le Vendeur de voitures Das Schrottauto Das Schrottauto Das Schrottauto Das Schrottauto La voiture à la gase Das Lenkrad Das Lenkrad Das Lenkrad Das Lenkrad Le Volant Der Fahrersitz Der Fahrersitz Der Fahrersitz Le siège du Kondukteur Die Frau sitzt auf dem Fahrersitz Die Frau sitzt auf dem Fahrersitz Die Frau sitzt auf dem Fahrersitz La femme est assise sur le siège du Kondukteur Der Mann reinigt den Fahrersitz Der Mann reinigt den Fahrersitz Der Mann reinigt den Fahrersitz L'homme nettoit le siège du Kondukteur Der Mann schaut aus dem Fenster Der Mann schaut aus dem Fenster Der Mann schaut aus dem Fenster L'homme regarde par la fenêtre Der Polizist stoppt die Frau 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 Der Außenspiegel Der Außenspiegel Der Außenspiegel Der Außenspiegel Der Außenspiegel Der Außenspiegel Le Miroir exterieur Der Scheinwerfer Der Scheinwerfer Der Scheinwerfer Le Fahr Die Rückleuchten Die Rückleuchten Die Rückleuchten Les Feux arrière Der Kindersitz Der Kindersitz Der Kindersitz Le Siège enfant Der Tachometer Der Tachometer Der Tachometer Le Compteur de Vitesse Der Drehzahlmesser Der Drehzahlmesser Der Drehzahlmesser Le Compte Tour Der alte Tachometer Der alte Tachometer Der alte Tachometer L'ancien Compteur de Vitesse Der Bahnhof Der Bahnhof Der Bahnhof Der Bahnhof La Gare Die Frau kauft eine Fahrkarte Die Frau kauft eine Fahrkarte Die Frau kauft eine Fahrkarte La Femme Die Frau kauft eine Fahrkarte Die Frau kauft eine Fahrkarte Das Gleis Das Gleis La voie ferrée Die Ampel Die Ampel Die Ampel Les feux de circulation Die Ampel ist grün Die Ampel ist grün Le feu est vert Die Ampel ist rot Die Ampel ist rot Le feu est rouge Die Fußgänger Ampel ist grün Die Fußgänger Ampel ist grün Die Fußgänger Ampel ist grün Le feu piéton est vert Die Brücke Die Brücke Die Brücke Le pont Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen Voici maintenant quelques rediffusions des épisodes précédents Der Toilettensitz Der Toilettensitz Der Toilettensitz Der Toilettensitz Der Toilettensitz Le siège de toilette Das Toilettenpapier Das Toilettenpapier Das Toilettenpapier Das Toilettenpapier Le papier toilette Das Katzenbaby Das Katzenbaby Das Katzenbaby Le Chaton Der Cocktail Der Cocktail Der Cocktail Le Cocktail Der Wasserfall Der Wasserfall Der Wasserfall La Cascade Die Kerze ist blau. La Bougie est bleu. Die Säge Die Säge Die Säge Lassie Das Brennholz Das Brennholz Das Brennholz Le Bois de Chauffage Die Fingerfarben 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 Der Steinpilz Der Steinpilz Der Steinpilz Le Sepp Le Sepp Le Sepp La Glace La Glace au Chocolat Die Küchenspüle Die Küchenspüle Die Küchenspüle Die Küchenspüle Die Küchengabel Die Küchengabel Die Küchengabel Die Küchengabel Die Küchengabel La Furchette au Ghetto Der Korb Der Korb Der Korb Die Toilettenbörste Die Toilettenbörste Die Toilettenbörste Die Toilettenbörste La Brosse pour les Toilettes Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. En t'abonnant à cette chaîne, tu contribues à ce que nous puissions publier d'autres vidéos pour toi.